Hallo und herzlich Willkommen hier zurück bei Alien Isolation mit mir, dem Film. Shit. Shit, Leute. So krank wie... Alter! So krank wie riesig dieses Nest einfach ist. Und ich glaube, es gibt zwei Aliens jetzt. Ich weiß es aber nicht. Boah, erstmal abchecken hier Medikids auf jeden Fall. Ey, ich war eben noch am Schimpfen oder vor zwei Parts war das... Oder nee, vor dem letzten Part schon. Ich glaube, das war der letzten Part auch schon. Wie scheiße die Androiden sind und wie ich die nicht mehr haben will. Ich nehme alles zurück. Ich fülle die Androiden zurück. Mann, tschau. Mein Spaß, ey. Fucking creepy. Und eklig. Ideale Schlöpfen. Oder geschlüpft sind. Alter. Vor allem... Guckt euch... Guckt euch den Sensor an. Echt. Überall sind die Viecher. Du musst echt gucken und hören. Jetzt ist es weg. Jetzt ist es wieder da. Ja. Oh Gott. Ich glaub. Nein. Komm. Es ist nicht da. Habt ihr mal auf die Tastatur geguckt? Die macht voll keinen Sinn. Egal. Ist das Vieh jetzt hier oder nicht? Ich weiß es. Ich weiß es auch gar nicht. Komm. Überlad dich einfach und... Hau ab. Verpiss dich. Scheiße. Ich muss hier raus. Oh Gott. Oh shit. Oh shit. Bin ich hier richtig? Ah. Wo bin ich? Yeah. Oh shit. Oh shit. Oh, oh, oh. Drück doch! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Wir haben keine Mut mehr für einen Flammenwerfer. Irgendwie A50 oder so. Oh mein Gott. Vorsicht geboten. Achievement. Hui. Ja. Alter, wie angespannt ich jetzt bin. Warum spiele ich das? Ich kann alle Kerne einschalten, überlasten und dann eine Reaktorsäuberung einleiten. Alles hier unten wird dadurch zerstört werden. Ich versuche nicht, sie davon abzuhalten, Rip. Ich fände es nur gut, wenn sie nicht draufgehen würden. Ja. So sieht der Plan aus. Es gibt zwei Notfallschreibreise, die überschüssige Energie in die lokalen Kondensatorenblocks in den Türmen speisen. Wenn ich sie abkopple und das System entlade, wird das Nest dadurch zerstört. Ich habe keine Ahnung, was sie gerade gesagt haben. Halten sie sich einfach gut fest. Ach Gott, ey, diese Androiden. Diese Fick-Androiden, ne? Komm, komm, komm. Äh. Oh, Alter. Oh, oh, lol. Oh, nein, 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 nein. Fick-Androiden. Finden die das ja geiler. Was muss ich ohne Spaß? Wo? Irgendwo hier? Ja, da, hier. Diese Konsolen oder was. Ah, hier. Ah. Da hin. Dieser Sound, ne? Wie er hochfährt. Oder runter. Überlädt. Oh, oh! Nein! Alter Junge! Ah! Ah, ich glaube, ich bin hier falsch. Nein! Hier geht's auch noch runter. Du weißt das doch nicht. Alter, wie geil. Vier Schüsse für einen. What the fuck. Ach, komm. Die regen doch. Die ganze Gegner in dem Spiel sind scheiße. Echt. Das Alien ist scheiße. Die Kantoiden sind erst recht scheiße. What? 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 Was soll ich denn machen? Ich werde vor allem getötet. Ja, toll, das Spiel ist echt. Respekt. Wo habe ich gespeichert? Ich weiß es nicht mehr. Irgendwo im Alien-Nest. Ganz ehrlich. So scheiße gemacht von dem Spiel. Riccardo, ich kann das Nest zerstören. Ein Glück. Ein Glück. Nett von ihm. So sieht der Plan aus. Es gibt zwei Notfallschreitkase. Die überschüssige Energie in die lokalen Kondensatorenblocks in den Firmen sparsen. Wenn ich sie abkoppel und das System entlade, wird das Nest dadurch zerstört. Ich hab keine Ahnung, was ich gerade gesagt habe. Halten Sie sich einfach gut fest. Ich renne jetzt los. Das ist so geil. Bolzenschießer. Oh, der kann immerhin zwei Androiden töten. Und dann habe ich noch die Shotgun. Die kann nochmal zwei töten. Ja, juckt die auch nicht. Die, die sie sehen, nicht. Ich bin ein bisschen drückwürdig. Jetzt, ja. Natürlich gleich den ersten. Lattiger. Lattiger. Oh, na, Latt. Oh, Leute. Das Spiel, ey. Oh, Spaß. Oh, da kommt der Nächste. Oh, Gott, komm. Klammerflogen war wirklich nicht. Nein! Merk mich hinter dich oder so. Alter, wie viel. Ich muss den richtigen erwischen, da hinten. LOL. Ich hab nicht gedrückt. Der schießt einfach automatisch. Eins. Zwei. Eins. Zwei. 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 Guardian. Zwei. 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 Klappenwerbungen werde ich mir aber auch fahren. Auf jeden Fall. So. Was machen wir jetzt mit dem? Und mit wahrscheinlich noch einem anderen Bolzelschießer. Müssen wir den echt verschwenden? Ich habe schon vor allem, wenn ich verschwenden kann. Weil der einfach los ging. Position für. Bolzelschießer. Yay. Können wir damit nichts anfangen. Aber wir haben keine Tüche mehr, glaube ich. Oh Leute. Jetzt kann ich mich in Ruhe hier nämlich drauf konzentrieren. Das ist ein anderes Hackverfahren. Naja. Da müssen wir uns drücken. Geht nicht mit Eingabe, okay? Gesperrt. Macht doch gar keinen Sinn! Oder war das die Aufgabe? Anscheinend. Versteh dieses Hacken nicht. Ja. Und die Zahlen noch kommen. Zack. Nice. Überladen sie den Betac her. Jetzt das Ganze in Ping oder was? Mal. 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 Dieses ist hoch und fahren, oder unter. Mal. Mal. Das ist zu krass. So, hier. Zack. Auf der anderen Seite auch nochmal das Ganze. Da verstehe ich nicht. Drücken Sie die passenden Tasten und bewegen, wenn der Schaltkass aktiv ist. Ach so. Alles. So. Nein. Doch, jetzt. So. Und so. Nein. So. So. Hab ich doch. Hab ich doch. Nochmal von vorne. Zack. Nein. Zack. 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 Hä? Ich verstehe es nicht. Ganz ehrlich. So. 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 Verstehe ich nicht. Ach. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ach so. Ich dachte, man muss die mit den Punkten. Ach. Ich bin. Ich bin auch echt. What? Das ist doch echt scheiße gemacht. Oder Leute? Was hab ich dir dazu? Schreibt's doch mal in den Kommentaren. Oh. 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 Jetzt weißt du wohin. Wir sind da unten. In deiner Mitte. Wir werden das ganze Ding jetzt überladen hier. Brennen mit deiner Mutter zu folgen. Zack. Wir haben es geschafft. Oh mein Gott. Okay. Ich frag mich immer, warum man... Alter. Alter. Alles wackelt. Alles ist windig. Alles ist krank hier. What the fuck. Ich frag mich immer, warum man in Spielen oder in Filmen Kerne überladen kann. Was das für einen Sinn hat. Alter, jetzt ist richtig Party. Da freut sich Apollo bestimmt. Hat jetzt alle Androiden hochgeschickt zu uns oder runter. Je nachdem. Krass. Sind wir hier oben. Reinigungssequenz. Leiten Sie die Säuberung mit nach oben, nach unten ein. Hä? Achso, ich soll jetzt die Zahl finden? Ne. Doch. Siegsen-Experte. Ricardo. Ich werde jetzt das Nest beseitigen. Halten Sie sich gut fest. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Die Gefahreneindämmungsstufe wird gehalten auf Omega. Mehrere nicht gemeldete Lebensformen auf Sevastopol registriert. Strompegel auf Sevastopol gefährdet. Da sind immer noch welche auf der Station. Mist, es... Es tut mir leid, Ricardo. Kommen Sie einfach zum Marshall-Büro zurück, RIP. Bitte. Bitte was? Jetzt sollen wir noch zu ihm zurück, zum Marshall... Alter. Alter. Was macht der Typ mit uns? Kann man hier speichern? Jetzt haben wir echt das Nest zerstört und überall... Überall... Alienviecher. Sie müssen zur Krankenstation. Sofort. Die Reaktorsäuberung. Sie setzt alle Systeme auf Sevastopol zurück. Beleuchtung, Transit, vielleicht sogar die Funkverbindungen. Das ist unsere Gelegenheit. Sie müssen gehen. Sofort. Wir haben wahrscheinlich nicht viel Zeit. Ich gehe runter zu Communications. Okay, das wäre cool. Aber... Das Ganze werden wir gemeinsam in der... Siegsen gemeinsam... Ähm... Ähm... In der nächsten Folge sehen. Ich habe jetzt gespeichert. Kleine Überlänge. Ein paar Minütchen. Naja. Immerhin. Ich bedanke mich für's Zuschauen. Alter, wie gestört das gerade war alles. Und... Ach... Ne? Bis zum nächsten Mal. Haut rein, Leute. Tschöööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö Vielen Dank.